die kleinen müssen es wieder rausreißen und man merkt es braucht nicht viel um ein bisschen euphorie zu erzeugen und das ist in diesem fall bei mir tatsächlich passiert mit diesem class aus der technik serie 2020 damit herzlich willkommen zur klemmbaustein lyrik ein rezensionsexemplar mit 130 teilen für knapp zehn euro und der class 2016 der große der war schon eine wucht der kleine steht ihm da nicht nach ich sag mal so wenn man jetzt so ungefähr eine halbe stunde war es nicht also viertelstunde 20 minuten daran gebaut hat dann sieht das gute teil nicht nur so aus sondern ist muss ich gestehen einfach richtig geil natürlich muss man das immer so ein bisschen auch in der kategorie dann auch bewerten und das ist eben ein wie soll man sagen mitnahme set für zehn euro dafür kriegt man gerade mal zweieinhalb tütchen mit minifiguren aber hat viel mehr bauspaß es sind ja immerhin 130 teile und kriegt wirklich was cooles also ja natürlich ist es nicht vergleichbar mit den großmodellen und hat damit auch nur bedingt was zu tun aber es hat eigentlich alles was ein richtig schönes technik set so braucht insbesondere auch noch was da noch dazu kommt eine gewisse emotionale aufladung nämlich den class serion von 2016 habe ich noch eine sehr gute erinnerung und der hat tatsächlich ähnlichkeit damit inklusive auch hier hinten ich dachte erst was ist das aber das war bei dem class von 2016 auch natürlich größer dann so ein gegengewicht was hier war also da entdeckt man durchaus wenn auch gröber eine menge hier wieder und er hat nicht nur auch schön dieses grün schwarz weiße hier ein bisschen rot vorne er hat auch entsprechend viele funktionen also dafür dass das ebenso ein kleinmodell ist ist eigentlich alles drin wir haben wie wir hier sehen eine lenkung die zwar hinten an die rinderräder greifen da sehen wir auch wie die zahnräder funktionieren aber es geht und es ist für jemand der vielleicht auch ein bisschen mal mit technik überhaupt erst mal anfangen will ein schönes erlebnis mal festzustellen wie funktioniert das ganz eigentlich wie kriegt die kraft von da oben dahin und das ist einfach aber funktionabel da sehen was so einfach kann es gehen und das war noch nicht alles wir haben dann wenn wir jetzt hier an den reifen drehen noch dieses diesen komischen ja diese schneide maschine die drehschneider hier vorne die sich dann drehen und da sehen wir auch wie es funktioniert hier die kraft geht nach da und dann wird der rest hier bewegt also funktioniert und perfekt auch aus also funktioniert richtig gut und wir haben sogar noch eine weitere funktion wir können nämlich den häcksler hier nach oben ziehen da sehen wir es also wir haben hier sogar noch eine möglichkeit hoch und ab zu senken je nachdem ob es gearbeitet werden soll oder nicht setzen wir es wieder runter und das alles in so einem kleinen modell vereint und es macht spaß mir hat sogar in dem fall mal das kleben von aufklebern spaß gemacht das würde ich jetzt überhaupt nicht als kritik hier sehen mit den aufklebern beim 10 euro modell ist das sowas von okay und mit den paar wenigen die wir hier haben das sind einmal noch diese rücklichter die da angedeutet sind sehen sogar noch ganz cool aus hier hat ja fast so ein gesicht wasser da hinten hat und dann sind es noch diese beiden glasaufkleber schlichtweg das war's also was soll ich denn sagen also das ding ist quasi perfekt für das was es darstellen soll und ich finde für zehn euro kann man da überhaupt nichts falsch machen das nimmt man auf reisen mit und hat eine halbe stunde spaß viertelstunde 20 minuten bauen und dann noch zehn minuten dass man damit rumfahren kann und wenn man kind ist wird deutlich länger sogar noch das einzige vielleicht aber das kann man wirklich nicht eigentlich dem gesamten modell da in irgendeiner form vorwerfen das zweitmodell da sehen wir es relativ ähnlich das ist ja der feld häckse der dort dann funktioniert der ist irgendwie ja sehr vergleichbar da sehen wir das ganze hier noch mal also hat eine ähnliche schneide maschine vorne und ja die kajüte ist ein bisschen anders die steuerung ist ein bisschen weiter nach hinten gerutscht das war's aber das das kann man glaube ich wenig jetzt hier wirklich dem modell vorwerfen weil das bei 130 teilen jetzt auch nicht da könnte man daraus jetzt kein fliegzeug mehr bauen kann das ist vielleicht auch klar aber immerhin haben sie ein b modell was das ein bisschen verändert ich finde jetzt allerdings dass es komplett was anderes ist wie es in der beschreibung steht gut das können wir mal ein bisschen relativieren aber egal also das ist ein richtig cooles set und wir können uns noch mal die anleitung dazu angucken da werden wir jetzt wenig überraschendes finden außer das gute teil hier im feldeinsatz und dann wird eben in wenigen schritten gebaut da ist auch nichts wirklich fummeliges das hat aber viel von allen bautechniken die wir so von lego technik kennen von dass man irgendwie großelemente auf mehrere von den pins drauf ziehen muss oder auch dass man erst später dann das fixiert weil man sie erst halb reingedrückt hat also um das überhaupt alles mal kennenzulernen und festzustellen macht mir sowas denn spaß lego technik das ist ein wunderbarer eintritt stieg ich weiß nicht also mir fällt nichts ein was man da jetzt wirklich kritisieren kann da sehen wir noch mal wie die funktionen sind ja die sind jetzt wenig überraschend das ist eben so und klar klasse also super teil und für jeden glaube ich der mit irgendwie technik affin ist wunderbar zu empfehlen hier können wir jetzt auch noch mal im einsatz sehen da richtig rollt auch gut wir können jetzt hier steuern da geht er mir hier in die kurve so muss man natürlich nicht gegen los steuern dreht sich alles funktioniert alles genau so wie es sein sollte es ist sogar noch relativ stabil da fällt nichts ab also echt test stoßtest vom tisch falsch test test mein sohn kriegt in die finger test alles bestanden klasse gut das war's was ist eure meinung fällt euch irgendwas schlechtes hier ein da gerne in die kommentare ansonsten glückwunsch schönes modell bis bald dann und tschüss auf